So, dann wollen wir unsere neue Kamera mal gucken, ein paar Testaufnahmen machen, Geschirrspüler, Wie du mal siehst, unser neuen Geschirrspüler, der ist, äh, Mira? 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 Ich komme dann gleich, ne? Guck mal, mein neues Zimmer und... Aaaaaah! Komm, Steven! Was ist das? Hallo? So, ich zeig euch zum ersten Mal wieder unser Ballzimmer. Lange ist er her. Wir haben da drin ein bisschen was verändert. Mittlerweile ist sogar unser Klodeckel kaputt. Ganz neu. Also, hier unten, unsere Waschmaschine, kennt ihr schon, vollgebrobt mit irgendwelchen kniederer Fatsch. Äh, Klodeckel, da ist ein bisschen defekt. Und, ah, wir haben hier einen Duschwarang, aber lass mir noch eine gezeigt. Der hat so wunderbar ein paar Wahlzeug drauf, so mit Palmen und so weiter. Finde ich ganz schickimicki. Eine ganz geile Sache. Ja, ähm, komm, möchtest du mal besuchen, wenn du brauchst? Ist echt genial. Also, wer sich hier nicht wohl fühlt, der weiß... Aaaaaah! Was ist das für ein Geräusch? Was ist das? Du bist das für ein Geräusch, das für ein Geräusch, das ist das für ein Geräusch. Mein Kind, du wolltest du nicht schön verbinden. Aaaaaah! Was denn? So, jetzt zeig ich euch mal kurz mein Ballzimmer noch hier, ne, habt ihr so nicht gesehen, also, hier vorne haben wir unsere Waschmaschine drin, unser Klo ist unten, wo ist denn das, unser Klo? Waschbecken, ah, ich hab einen ganz geilen Duschwagen, ich möchte euch jetzt einkommen, hier so schön, Hawaii-Muster drauf, schön Ball mit dem Urlaub, das ist richtig genial und Warum schießt du nicht auf? Ach so, ich war auch schon, sag das doch, sag mal nicht auf dir so rein! So, das ist die erste Outtakes-Szene, wunderbar! Ich weine schon! So, komm jetzt mal, meine Güte! Oh, ja! Oh, ja, ja, ja! Oh, guck mal, was das... Geschirrspüler macht! Mira? Mira! Ich habe mich zur Augen gerissen. So wieder nix. Wer tut es hier? Ja, ich weiß. Zumindest nehmen wir kurz mal das Outcut. Wenn wir hier so ran fahren. Miha, wenn ich es so mache, dann kannst du deine Augen aufreißen. Kann irgendwas nicht bei meinem Mund liegen, zum Beispiel ein Handtuch? Nein, musst du deine Zähne sehen. Ja, aber... Wieso? Nochmal! Ich habe mich zur Nähe, die Seite der Zähne seines Überschrussens. Ich habe mich Quanbekiens. Ich frage mich auf den Hüttelern. Ich arbeite euch auf den Hütteln.